Guck mal, ein Tesla. Oh, ich habe einen Tesla gerammt. Entschuldigung, wollte ich nicht. Das ist also kein Tesla, ne? Keine Ahnung. Ich werde die gefragt, darf ich jetzt mehr fahren? Ich habe eine E-Mail gekriegt. Ich bin irgendwie gerne, wir können ihnen helfen. Ja genau. Das ist richtig. So, ich muss mal kurz gucken, was ich meine. Oh, das ist fertig. Ältere Scott Online, wo ich mal einspielen. Oder ich mache... Aber wieder Gamer wird immer gesund. Das habe ich eigentlich nur erwähnt. Das Kassi jetzt live, oder? Was geht da jetzt ab? Was geht da jetzt schon wieder ab? Was macht da schon wieder, der Bengel? Nein, naja, was macht der Bengel schon wieder? Ne, das habe ich nur erwähnt. Er hat mich nur erwähnt. Ja, danke Kassi, dass du mich erwähnt hast. Das finde ich echt super. Wir haben uns echt unsicher gemacht. Die unsicher... Alles, 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 alles gut. So. Oh man, 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 man. So. Ähm, so. Weltkarte, Convoi... Ich kriege auch Weltkarte. Ich kriege aber Angebote mit direktem Farbproblem. Wo bin ich das überhaupt? Nein. Nein. Neue Wegpunkt... Nein. Wie machen wir die weg? Wie machen wir die weg? Keine Ahnung. Okay. Okay. Ich höre nur noch gesitz... 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 Ach so, die Vögel-ja. Dann bringt ihr... Hahaha. Ja, ich hab's gesehen. Ja, die kack Vögel sind laut. Willst du hier Vögel haben? Ne, wirst du nicht haben. wo ist hier weiterverdacht kannst du frei rumwandeln wenn du keinen LKW gezogen hast könntest du ein LKW kaufen ja das machen wir auch dran nehmen ich könnte frei rumwandeln ich dachte ich hab ein LKW gekauft ich dachte ich hätte einen wirst du dein geschenk nicht nein will ich nicht ich will kein Geschenk die Ami sind immer auf Container das sind mal keine Konformen hier was ist das denn ein tolles Auto jetzt hier komm mal ein fein schickes ein Auto LKW ja nein ich will kein Geschenk so ich bin ja vier Stunden unterwegs sind 217 Meilen ich hab Vorfahrt ich habe Vorfahrt wie sieht das denn cool aus guck mal wie die guck mal die 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 öptische Täuschung da mit den Felgen geil ne yeah guck mal der Container so was fahren die Amis das ist schon der Container schon er hupt ja einfach ja was soll ich so machen denkst du die Weichen aus? egal jetzt geht bergab guck mal 17 Kilometer gepackert und dann die Madbanks alle rechts und links aufschlützen ach ja genau wie mit den Felgen ne ja genau hier einige müssen da ja so richtige heftige Klinge ran gibt es bestimmt Mods bestimmt Mad Max mobil einfach coole Filme ich hab gestern Spanama ähm Moodyverse Animation Film gesehen war sehr viel Input für mich weil ganze Comic Figuren Spider-Man mit Mütze mit Tüte auf dem Kopf Spider-Man hier Spoiler-Alarm ist cool so Back da guck mal ein Tesla oh ich hab in Tesla gerammt Entschuldigung wollte ich nicht Tesla, aber ich hab in Tesla, ne? keine Ahnung Hey, hey, you're my friend ich komm aus Germany und fahre links an mir vorbei Entschuldigung ich habe kein umfall verursachen er ist mir reingefahren der hinten rein wer hat auch immer schuld ich habe keine schuld ich kann dafür nicht die antiquatäten was ich erstell kann zurück nicht lesen was ich gerade gelesen habe auch weiter knopf das ist mein binger dem binger muss ich die linke links und bringe rechts ab hallo was machst du da ich mache hier pinke pause habt ihr die spiegel sehen war zuviel text auf einmal ja ja warte wie sechs hallo würde gerne wieder hier kommen die ganzen autos her ich sehe mich da ist sie mehr ich habe vorfahrt hier das kann ich so einfach hat du mal mit rigen lgw 90 und ließ dabei das war wirklich zuviel text fahren die amy alle so langsam hier aber was ist hier los ja ja ist richtig ist richtig ist immer lustig nach einem text schafft zu lesen weil muss er sagen wortel taucht er bei mir wenn uns hier auf hat er mehrere vorteile und nachteile taucht er bei mir auf für zehn sekunden ich versuche zu lesen ich versuche zu bremsen ich will es rum zu kommen ich habe kein umfall verursacht ich war das wieder nicht jetzt habe ich eine falsche seite ne ich muss ja drüben oder fahren ach das wird schon gut gehen kriegen wir schon hin wie komme ich jetzt darüber ohne perle magst du allein fahren oder ist das ja ruf aus ich mache gleich wieder aus ich wollte gar nicht fahren ich wollte ja das spiel gar nicht so lange spielen der fiel statt bei mir auch in just chatting und ich bin nur aufs switch warum fährst du auf der ausfahrt runter weiß ich nicht weil ich mich verlesen habe außer es ist eine abkürzung siehst du ich spare mir 20 meter das merkt doch keine sau das merkt doch hier keiner ist amerika nicht land der um die ganzen möglichkeit war doch so oder nicht also bitte in dem film die auch immer er merkt hat er der wäscher zum millionär werden also also hier gibt es ein stand spur solange ich kann auch stand vor steht fährt ist doch alles doch schlockig werden die baller da hingestellt weg war das denn hallo das ist doch voll kacke hallo eigentlich geil die landschaft nix los hier nix los auch wenn man trauen amerika zu kommen das wäre mein traum von mir schöne frauchen amerika das wäre mein träumchen aber ich bin ja auch knackige 42 so ich wieder rüber jetzt wie schaffe ich denn nein hier ist ein boller war wer macht denn da so so danke ich will da rüber ja ich wollte ein spiel nur ich bin nur über ich bin wenn kommen das ist ich habe sie gelesen ich habe es überhaupt nicht gelesen ich glaube ich muss die funktionen worte beim ausschalten bezieht jetzt so ich will da da drüben wo 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 na na w aber guck mal ich krieg keine strafzettel siehst du ich werde nicht geblitzt die putzei hält mich nicht an ist doch geil was will man mehr das muss ich nachher auch mal ausprobieren ähm ähnlich das jetzt äh äh ein geister äh ein geisterter fahrer auf der a57 gesichtet ja ich bin hängen geblieben im spiel nicht jetzt so bin ich auch hingeblieben oder ich bin hingeblieben ach nö ne oh nö aber gucken kann ich das ist wichtig aber ich glaube ich habe nicht noch eine funktion ich habe ja nicht eine funktion noch ähm auftrag abbrechen will ich nicht äh wir schätzen nicht verfügbar ich glaube ich ja so Dienstklasse anrufen da Dienstleistung zur Werkstatt abschleppen ja einverstanden sag doch ich kann mich abschleppen lassen geht doch frage wo bringt er mich jetzt hin so wo bin ich jetzt hier überhaupt fehlfunktionen so äh reparatur was kann man hier heil machen reparatur werden durch deine arbeitgeber gedeckt siehst du reparatur kosten werden durch meine arbeitgeber ich werde gekündigt ich werde gekündigt ich sehe das schon kommen ich werde gekündigt hoch doch mal äh heli da sollte ich dich holen können du sagst du kein noob mit dran ja der noob äh der heli da macht mir weniger sorgen mir macht echt mehr sorgen der noob oh guck mal was der abstellwagen habe ich ja da hingebrauch ich hin wollte das ist ja nobel guck mal ein text das ist ein bisschen wie California stell dir mal vor ihr lebt hier sicher alter ding wenn ich alter ist ein ding wenn der kreis eider schwede ich hatte nur die kunde warum ich kein heli rufe auf wenn ich immer in echten leben heli fliegen sollte sag ich nein dann fragen die bestimmt warum fliegst du keine heli man weiß nie ob jemand unten steht mit einem granatwerfer die wahrscheinlichkeit ist 1-2.000 unten hier stehen mit granatwerfer und wird unter einer stehen mit granatwerfer weiß ich gar nicht genau wer unten stehen mit granatwerfer weil es gibt nur einen mann mit einer granatwerfer unten stehen würde und schießen würde mehr game blamer hallo hast du mal jetzt versuchen wir es noch mal noch mal da hinten soll ich ich habe nur 3 katzen und ein hund und kinder und vögel und so ich bin echt ich bin halt eine granate also schieße ich auch damit ja du bist schon so aber ich muss was macht jeder da will ich wissen was sie da machen was machen die mitarbeiter da kann mir einer sagen was sie da machen ich kann da nicht ich hab nicht nee das geht nicht entschuldigung ja ihr schaut doch der übermischen gegen siehst du geht auch geht auch geht auch jetzt hab ich es geschafft jetzt muss ich wieder gegen lenken jetzt muss ich mal nur gerade ziehen das ist gar nicht so einfach und ich fahr gerne und ich fahr und ich fahr und ich fahrgabend das sagt alles so eigentlich packe ich ja gut nur ich packe daneben der muss dann mehr daran also da musst du mal truckfahrer mit spandien zuschauen wie du das machen wie die das machen sind meiner meinung nach den besten truckfahrer der welt ja glaube ich das ist ist kunst an sich mein 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 onkel frau seit erster fernfahrer den muss ich mal fragen war auch jahrelang schon das auch europaweit ist ja sie geht herum kann spannendes leben sein aber ich glaube für meine familie ist er anstrengend glaube ich auch aber ich weiß schon warum ich keine ich mag allgemein kein anhänger fahren anhänger fahren mag ich schon aber mit anhänger einpacken mag ich allgemein nicht kriege ich immer hin aber wieder kriege ich nen echten leben besser hin als hier im spiel weil ich mich für den lenkrad das ist das tour ist nun oder ich muss mir mit spiegel fahren war mit spiegeln das habe ich einfach auch mit außen spiegeln in spiegelt sich kaum aber ich näher mich andere richtung kommt du musst recht neben der weißen mauer stehen er weiß ich doch wenn er schon freud an bin da ich bin voll dabei ich bin voll dabei siehst du ja so ist einfach einzudenken genau so ein fänder gucken sollte man nicht machen also menschen aus wie einparken ist doch einfacher es kann sich nur umständen handeln es kann sich nur umständen handeln nee das ist richtig alles richtig du machst das du hast das richtig gesehen und das schlimme spiegelt auch im koop reicht das jetzt habe ich jetzt kommen jetzt jetzt perfekt das brauche ich eigentlich nur noch gerade ziehen die maschine gerade ziehen habe ich gesagt die stichlings app das kann ja was werden ja ja erst drinnen erst noch ja erst gleich drinnen stück noch ein stück ein stück zurück noch ein kleines stück noch ein kleines stück zurück und dann ist ja es kann so einfach anhalten 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 er ist drin das war ja das immer vor zurück vor zurück und dann links und nach rechts vor zurück vor zurück ja ja abzuschäden war ja nicht mein fahrzeug was der kapitel ist hier gibt es event so sehr wollen wir mal das andere machen einige wollte da gar nicht viel jetzt ja so was können wir jetzt machen neue ausrüstteile versichern ja aber ich habe eh noch kein geld